Hallo! Theo hat heute ein Diktat wiederbekommen und es ist voller Fehler. Das macht ihn traurig. Er ist doch so ein fleißiger, kluger Schüler. Lass uns einen Blick auf die falsch geschriebenen Wörter werfen. Seine Lehrerin hat das richtige Wort gleich darunter geschrieben. Bäume Ameise Mais Und Freude Mir fällt etwas auf. Nämlich, dass alle Wörter, die Theo falsch geschrieben hat, einen Zwielaut enthalten. Und ich glaube, genau da liegt der Hase im Pfeffer. Zwielaute sind tückisch. Schauen wir uns an, was Zwielaute sind. Zwielaute oder Doppellaute Zwie ist ein altmodischer Begriff für zwei. Ein Zwielaut ist also ein Zweilaut und wird darum auch Doppellaut genannt. Er besteht aus zwei Lauten. Und zwar aus zwei verschiedenen Vokalen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com